Franzis Spielstil ist, als großer Bruder sage ich das immer wieder, sehr beeindruckend, weil man ja eigentlich der Weisere sein sollte. Aber Franzis Spielstil ist wirklich sehr, sehr reif für sein Alter und es sieht manchmal ein bisschen aus, als hätte er das schon seit zehn, zwanzig Jahren gemacht und man vergisst, dass er zwanzig Jahre ist, zwanzig Jahre alt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was für eine Ruhe das macht und natürlich läuft nicht mal alles perfekt, aber dann doch auch ziemlich schnell so den Weg da raus findet und Lösungen für sich selber findet. Das ist für das Alter schon ziemlich einzigartig. Alle Spiele der Eurobasket live.